moin moin hier ist wieder euer robin für euch ich habe mir gedacht ich mache heute mal ein neues spiel wir sind nämlich hier im feuerwerks simulator wir haben hier so ein paar sachen und ich habe gedacht wir fangen heute mal mit den batterien an dazu legen wir die batterie in 2021 und ich muss sagen ganz nett jetzt haben wir hier eine beehive mal schauen was die kann ja ist ganz nett ok dann haben wir hier eine boom feuerzeug und dann mal schauen was die kann ja ich würde mal sagen ganz nett was haben wir denn als nächstes die chinesische mauer mal schauen ich zünde sofort beide an mal schauen was passiert ja sieht gar nicht mal so schlecht aus dann haben wir hier eine dragon batterie jetzt legen wir mal ein paar nebeneinander mal schauen was die kann ja ist ganz nett die hat nicht gezündet ok 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 die hat anscheinend doch gezündet gut dann legen wir mal zwei nebeneinander von diesen dingern mal schnell ein bisschen ausrichten mal schauen was die teile können das ist doch mal ganz nett gut gut nächster ja auch ganz nett so was haben wir denn noch hier auch mal ganz nett auch mal ganz nett mal gucken schon mal ein bisschen ausrichten hier okay Okay. Schön. Kann man mal machen. Was habe ich denn noch so hier? Klein Kram. Natürlich den Palutenböller. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier einen kleinen Doom-Boom drauflege. So. Jetzt mal weg hier. Okay. Äh. Äh. Okay. Gut. Der hatte Kraft. Jetzt schauen wir mal. Da ist doch jetzt erstmal die Tankstelle. Die 24-7-Tankstelle. Ich denke mal... Ja. Eis ist ausverkauft heute. So. Jetzt mal gucken, dass wir hier auch rauskommen. Jetzt müssen wir hier eine kleine Verbindung spulen legen. Dann wollen wir mal gucken, was passiert. Also richtig sind... Ich denke mal. So. Das ist aber auch nichtше. Okay, ihr habt es unten links in der Ecke gesehen, da sind meine FPS-Zahlen, ui, teilweise nur bis 3 FPS runter, ja, das soll es auch gewesen sein, ein kurzes kleines neues Blitz Play, ich sage Ciao mit Feuer Robin, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Tschüss.